Du wirst in zehn grundlegenden Antiterrorsituationen trainieren, bevor du eingesetzt wirst. Melde dich bei der SAS-Basis in Hereford. Du musst in ein Übungshaus eindringen und es von Feindkämpfern befreien. Im Nahkampf müssen Operator die Situation schnell einschätzen, um Feinde und Geiseln zu lokalisieren und zu identifizieren. Sichere das Gebiet mit einer langsamen, systematischen Suche. Hier triffst du auf einen gut trainierten Feind, ausgerüstet mit Militärwaffen und Sprengstoff. Nicht aufhören, bis die Bedrohung neutralisiert ist. Verlass dich auf die Grundlagen der Waffeneinsatzdisziplin und deine Fähigkeit, Feindbeschuss mithilfe deiner Umgebung zu entgehen. Willkommen zu Rainbow Six Siege! Ja, es läuft. Endlich. Ich kann es endlich aufnehmen, weil es die Situation nicht online ausprobiert. Das heißt, ich werde erstmal eine kleine Display machen, besser gesagt, ein bisschen kein Display, das kann man ja nicht explain das Game. Aber ein bisschen aufnehmen hier das Game. Das heißt, erstmal werde ich Videos von Rainbow Six Siege haben, wo ich die Situation mache. Ich spiele Minecraft. Da ich weiß, wo alle Gegner sind, brauche ich nichts zu wissen. Da ist schon der erste, was er one tappt. Da liegt er. Er ist tot. Easy as proper. Oben steht jetzt auch direkt in der Mitte. Acht verbleibend. Hier ist der nächste drin. Hab ihn. Wo man im Rainbow aufpassen muss, aber allen Dingen am meisten, ist, wenn du schießt, dass du runterziehst. Das heißt, wenn ich runterziehen würde, würde ich nämlich, warte, ich schieße mal ohne runter zu ziehen auf den Gegner. Jetzt sind wir in der Ecke. Mir geht irgendwann die Waffe nach oben. Und das ist ekel, ekelhaft. Wie man hier nicht sieht. Deswegen versuche ich immer, die Waffe, wenn ich schieße, nach unten zu ziehen. War jetzt schon zu über... Ö... 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 ...einfach rumhauen hier. Und jetzt noch der letzte. Flash ich noch. So. Hallo. Und so funktioniert das Spiel. Dann kannst du ja auch nach rechts und nach links lehnen, was ich gemacht habe halt. Und das würde ich sagen, spüren wir direkt mit der zweiten Saison weiter. Bei Geiselnahmen kannst du nicht langsam und systematisch vorgehen. Sobald du den Perimeter durchbrichst, musst du einen heftigen dynamischen Angriff ausführen, um die Geisel aus einem verbarrikadierten Haus zu befreien. Setze Sprengladungen ein, um schnell in das Gebäude einzudringen. Die Unversehrtheit der Geisel hat oberste Priorität. Sprengladungen gewähren dir einen kurzen taktischen Vorteil, um Feinde zu neutralisieren und die Geisel zu übernehmen. Gib der Geisel auf dem Weg zum Evakuierungspunkt Deckung und eliminiere jegliche Feinde. Viel Glück. Ich werde hier versuchen, alle Feinde auszuschalten. Und wenn ich hier durch die Tür gucke, da ist schon ein Feind hier. Da sitzt aber auch einer. Da, wo die Böse sind. Deshalb gehe ich trotzdem erstmal zu dem, weil der kommt rum und überrascht mich. Hallo? Ja, hier drin ist auch einer. Ja. Genau da liegt er. Und in der Küche sitzt auch einer. Genau da. Das war Strange. Wer sitzt denn da? Natürlich ist es halt besser, wenn man zählt, denn trifft man auch. Jetzt habe ich nämlich nur noch 50 HP. Ey, geht. Ich bin hier. Zack. Zack. Na ja, blenden. Okay, doch nicht geblendet worden. Okay, zack. Kann ich nur spielen. Eagle will ich mir zocken, aber eher Iggy. Ich nenne ihn mal Eagle. Aber nö, kein Bock. One-Tap. Der war auch einer. So. Zack. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Geisel und trennen wir raus. Türb mal den letzten Gegner. Jetzt habe ich minus 5 Punkte bekommen, weil die Geisel sind 4 getan. Glückwun. Ja, ich habe gerade die Geisel benötigt. Und... Pack, 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 pack. Los, wir nach. Jetzt. Los, wir nach. Bleiben Sie haben hier dran. Ich kann hier, ich, 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 und jump, 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 und jump. Komm. Und gemacht. Geisel befreit. Schreib dir mal kurz an. Ich muss ihn aufnehmen, weil sonst meckert er auch. Willen, ähm, aufnehmen, ja, das ist geil. So, machen wir direkt den dritte. Hier geht es um eine Bombendrohung gegen ein hochrangiges Ziel. Du musst einen Eingang wählen, bei dem du möglichst wenig Feindfeuer ausgesetzt bist und der die Zeit für das Erreichen und Entschärfen der Bombe minimiert. Das Seil ist der schnellste Weg, um das Gebäude zu durchqueren, denn so kannst du Korridore und Trippen umgehen. Sobald du das Ziel erreichst, musst du eine Bombe entschärfen, die mit einer unbekannten Chemikalie gefüllt ist. Wir haben dich mit einem Entschärfer ausgerüstet. Platziere ihn bei der Bombe, um das Signal zu stören. Schütze den Entschärfer, während er den Vorgang abschließt. Eure Mission, Lukas Gatz Los geht's, Atakööööööööööööööööööööööööow. Ihr kriegt mich nicht. Erstmal Gandal hier, zäck. Da hat's mal ne Scheibe an deinem Auto. Waaaaaah Rage Mode Rage Mode Rage Mode Rage Mode BLEEEE Jetzt in mein Zeitung Und jetzt Rage Mode Oh, der steht mal außerhalb nicht auf dem Tisch Sonst steht er nämlich immer auf nem Tisch Am Arsch vor der Stoß Ok, ich mach noch ein Karate Nur für euch Und zwar Avada Kedavra Soll ich noch einen ausprobieren Soll ich noch einen ausprobieren Avada Kedavra Kedavra Wo ist denn die Blumen Ne, mach ein Screenshot Soll ich noch einen Halt Kedavra 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 Ich habe noch eine Granate Ich weiß wohl, wo wir ihn hinwerfen werden Ah warte, Kedavra Hallo Hey, hör auf weg zu rennen Scheiße, besser Tja, es ist doch nicht geregnet, dass ich dich so gesehen habe So, dann noch die im Raum Warte, kann man Ich hab's gerade gesehen Ich hoffe, wir können drüber springen Was ist das denn? Hallo Was soll ich mich rumbringen, hier sollte ich in den Boden retten? Leute Was macht ihr falsch? Ich werde aber eh sterben Wenn ich so vorgehe wie immer Deswegen Normalerweise würde ich das Fenster aufschlagen Da oben hängt es an, die fünf, vier Leute daraus töten Und dann hier die Leute töten, die an die Bombe gehen Aber ich muss das mal anders machen Das heißt, nachladen Nachladen Oder ist das schon mal so laut? Dann ziehe ich hier die Bombe Dann ziehe ich hier einfach mal In die Ecke Dann ziehe ich hier ein Loch rein So, nun kann ich den Löwen schützen 45 Sekunden noch Jetzt nehmen wir auch von nach rechts Und ich kann halt die Bombe einfach sehen Ich guck, da kommt schon Da springt immer das Fenster auf Smoke rein Und Rinder rein Noch fünf Sekunden, bis die Bombe entschärft ist Feindliche Bombe entschärft Mission erfolgreich So viele Gegner waren das gar nicht mehr Ich würde sagen, easy Dritte Mission geschafft Gehen wir direkt zu zuletzt Für heute Flugzeuge sind schon lange Ziele für Terrorangriffe Die Mobilität und der öffentliche Charakter eines Angriffs Gegen zufällige Opfer Reizen Organisationen, die sich einen Namen machen möchten Bei einem Erfolg kann so ein Angriff ihre Sache bekannt machen Und die Mitgliederrekrutierung steigern Bei Angriffen auf Verkehrsmittel gibt es sehr wenig Deckung Und kaum Fluchtwege Der FBI-Sword-Operator Ash wird in dieser Situation eingesetzt Mit ihren Durchbruchsgeschossen kannst du aggressiv Schusslinien unter Kontrolle bringen Die Terroristen eliminieren So Dann spielen wir mal die letzte Situation In der Situation Die letzte Situation Für heute ist nicht die letzte, sondern die vierte Von Elf Tschüss Du hast mich nicht gesehen Sehr keine Lüge Entschulde Hier hinter sitzt einer Da Da war der Ist das Bruh Ja, wir haben einen Das ist auch Das ist auch Das ist schon Da Da in der Ecke Und dann Spricht darüber Dann sitzt Hier Keiner Oh Das ist schon oben wieder Da ist auch No problem Was ist denn Ich bin Was ist denn Alles Hallo Wicke Wie kann ich dich denn sehen Echt Lo... Lo... Jetzt machen wir es mit. So... Ich weiß ja, wo die jetzt bereits sind. Woah, fuck! Sky Headshot Ich würde sagen, war es das mit dieser Folge von Rainbow Six Siege Und wir sehen uns beim nächsten Mal Euer Zuno. Bis denn! Schönen Tag!